contractor obwohl das eigentlich egal wir machen hier glaube ich sowieso zu nicht ein toter vogel bei uns an der wohnung das kann ich mir gar nicht erklären wie das passieren konnte alter schwäche wahrscheinlich ja so ähnlich bei mir heißt der montag bei mir ist der dienstag sie schläft auf ihrem roten teppich nun kann ich jetzt hier keine mauer ziehen du kriegst du auch nichts mit ich habe ich drei mal gesagt und baby auch ich habe es noch einmal gesagt ja entschuldigung wie konnte ich noch wahrscheinlich sachen behaupten die gar nicht stimmen nächster baum speicher lieber noch mal auf jeden fall die schroth finden dies auf uns offensichtlich auch geben soll muss es ja eben er war da muss man aufpassen habe ich gehört munition ist sehr sehr unwahrscheinlich wenn du hier tausend schuss munition klasse warum spoilern wir ich sagte dass es gehört hat ob es wirklich so ist keine ahnung aber ich wollte euch doch selber nein das habe ich zu wissen ist noch gar nicht ich habe das zufällig auf tik tok haben das zufällig auf tik tok ja natürlich bin ich auf tik tok nein warum ich bin zeug von dir warum das ist der letzte dreifel an ja und wir haben wir nur soll ich dir zeigen die maske nein ich will mit tik tok nichts zu tun haben wollen wir auch nach hinten ausbauen weil hier nehmen wir auch schon eine veranda also nur veranda ja dann bauen wir keine mauern alles klar noch mal freilich machen ja gut dass wir darüber gesprochen haben sehr einseitiges gespräch aber ok ja was soll ich dazu sagen am besten gar nichts nicht so gut dann bei euch dann schon mal eine tür für die für die veranda doch keine scheine veranda nein was ist hingefallen was hast du mir helfen gemacht nix nix der ist nur hingefallen aus versehen den kopf abgeschlagen so ähnlich ja ich weiß gar nicht ob man ihn überhaupt töten kann ja kann man ja dann geht es morbus auf jeden fall ja ja der ist dann immer weg ne das wollen wir nicht ja genau was geht der motion hin kann er sagen ja spätestens im nächsten stream man muss ja morbus auch eine chance geben ich hier gleich wieder gemobbt werden das ist nichts mit mobbing zu tun das ist ein tatsachenbericht ja das löst ich sagen das ist das ist wirklich sogar ich würde sogar geld dafür ausgeben das notariell beglaubigen zu lassen also ich bin ja froh ich bin ja froh dass bäume keinen schaden machen sonst wäre er nämlich jetzt tot du bist so ein schlechter mensch hä warum ich habe einen baum gefällt und er läuft halt direkt rein der trottel was soll ich denn machen der baum ist wieder im wasser ey das ist ja kacke upsah nein der baum nase joh mann ja dann äh ja ich schenk dir was ich habe ein bisschen angst ich habe ein bisschen angst ich habe mir die bäume gefallen ich wusste schon erstmal jetzt wird es zwei dreihundert Meter laufen um auch bäume zu kriegen ja hier ist nichts los das macht mir angst das ist doch gut können wir erstmal in ruhe bauen wir müssen im nächsten stream auf der forstsee oh was ist kräftig du verrückter was was ist jetzt BAYLY was ist er wie rumgeschrei hier die Fählinge waren in der Hand waren Prozent deswegen ist er ganz so ruhig bei dem Wahnsinniger er hat sich mit dem Tübel ein Teil der Strecke vielen 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 Dank alle von Neuro und mein Mann hat sich auch so abgeladen und Neurofrost hat man vielen vielen dank verrückte man sollte in der rösen baukehren wenn man noch die tippe gehen noch kann was gefällt was brauchst du da eigentlich bringt um sagt nein ich habe das land das spiel an die wird man daher auch mal was bau und sparen aussichtsturm sehr geil hat man spiele die nicht nur das war auf dem fall und so ein spiel lang zu sein feier sagt was ja ich bin bei dir mit zuhören wie ich auch mit das verstehe macht ja dann keinen sinn er holz holz sie holz keine ahnung wir glauben nicht denn jetzt eine raus ab wenn next war mutant kommt den müssen wir die arme abhacken braucht zwei neue das lässt sich machen die hat sogar drei die braucht lang der eine oder drei beine noch drei hände die boys wieder da oder was die die nähert sich nach und nach erstmal an also überzeugen ist da nicht und wer baut hier jetzt ein wachtturm sind wir bei den zeugen jehovas oder was sie will nur mit ihr sprechen weil er zeugen möchte erzeugen erzeugen wer lacht das sind schwänze ich bin sehr enttäuscht ich habe irgendjemanden aufgeregt ich bin hingefallen hast du mir leid das glaube ich dir nicht ohne worte so ist es ja eine kleine jemalige veranda ich kann noch sind ich auch wenn man jetzt achtung da hat ich nicht getroffen er hat dich nicht getroffen er ist in einem kilometer vorbei geflogen wir kriegen den blöden baum schon wieder weg er erzählt er muss darauf ziehen und sie drücken wir müssen gleich pendien leute haben wir schon gleich die war schneller wie viel das die drei beine ist nicht schwer fragt sie natürlich ob sie ach nee nee ich sag das nicht nein besser nicht hallo warum muss ich was sie doch mal in ruhe du bist so ein böser menschen sowieso nur mit einem also irgendwann bei ihr auch sachen glaube ich ja wohl was 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 ich bin jetzt beleidigt sogar nicht wahr du hast ja einfach ein sechgefäch ist ja gar nicht wahr wo sind die alle wäre die sie mir gegeben hat dann hast du weg genommen war meine jetzt ja auch irgendwie mal so eine ja können in die hütte kommen da können die auch ja das große das große holzgebilde was hier steht wir müssen ja auch mal ein paar fackeln mal mal ein basteln einmal nächsten tach ist ja völlig dunkle wir brauchen unbedingt stand fackeln mach ich gleich ja nächsten morgen ja gleich naja gut ja der der papa ist da alle bereit gut können wir mal aufhören ah herrlich ich sag nix mehr ich rede nicht mehr mit hier stand fackeln also stand fackeln bis wir haben ich weiß nicht ob es noch wand fackeln gibt oder sowas und nicht dass wir unser haus anzünden he 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 hey wir können die blöde Taschenlampe weg wir müssen das erstellen oh no wir haben noch kein dach verdammt sollen wir junior von uns denken glaube ich brauche man hier vernünftige treppe ich glaube ich richtig für mich getrept sie machen sie drei langer mit dem eminentar doch und das dann voll voll du ne nicht die tür ach ach den könnten sie im boden packen ok hä wie macht man das das äh checker im boden normalerweise brauchst du nur einen stock auf dem boden zeigen normalerweise du hast da unten so ein symbol wo es so zwitschen kann oder das ich hab'n wohnen 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 mit dem aufdessen komm mal jetzt haben wir eine schöne treppe das sieht doch schön schön besser aus ah ja ok warum hab ich nichts was ich hier geben kann ich hab'n nichts was ich hier geben kann warte Morbos ich komm'n zu dir hin dann zeig'n mir was ich hier geben kann nein nein ich hab'n dir jetzt schon mal gesagt Frosty wenn sie drei Beine hat vielleicht nein ah ich hab'n nichts was ich hier was könnte ich hier denn geben ja was könnte ich hier geben ich zeig'n dir mal um oh oh hallo guten Tag ich kann dir ein Stück Fleisch geben ich hab'n nichts für dich ähm ist dir kalt junge Frau ich weiß ja nicht aber es sieht so aus als wenn ich kann ja auch ne Wummel ach warte mal kurz warte ich kann sie benutzen äh also die die gps-tanner nicht benutzt oh mein Gott immer schlimmer mit euch immer schlimmer ich hab'n sie ich hab'n sie gerade mal getaggt jetzt gehört sie ihn jetzt hat sie einen gps-tracker an der Brust an der an der an der an der dings hier an der Brust an machen hä ja ich kann mir nichts zu geben doch man kann hier was geben du kannst eher wenn du hin und her schaltest du kannst dir eine Waffe geben also sie kann nachher für dich kämpfen was heißt denn und her schaltest du hast also also rr frühglaubig und jetzt hat sie von mir hat sie ja diesen diesen gps-tracker hallo junge Frau ja ich hab'n nix ne ne ich hab' auch nix auch doch ich hab'n diamantenkolli die fahr'n nix ne die fahr'n nix ne die fahr'n nix ne guck dir das mal an hier ne oder? hast du das gebaut? guck dir mal das schiefe Ding an hier natürlich hält das das hält niemals das hält hallo das sieht ja aus weißt du mal wie man die Schandtachel anmacht? alter ist der Regenlaut der geht nicht falls am regnen ist steht die draußen nein oh man muss extra nach oben gucken oh ok ähm also komm ey viermal so aaah gleich fahren wir unser Haus ab macht das was? nö bauen wir halt neu kein Problem hör'n ich hör'n aus oh Gott hör'n aus ich krieg schon der Flashback zu ja oh nein lass mich in Ruhe und ich hab'n hier ja auch schon ein paar Anfodungen gemacht ja ja kann man machen ja so der Typ ich steh da mittler in der Putze und brennste einfach nieder so und ah scheiße so das sieht doch schon mal ganz gut aus hier ah Eichhörnchen wie geht's dir? Eichhörnchen wie geht's dir? Eichhörnchen oh äh warum läuft denn die ältische Lärm? warum nicht? die wohnt jetzt hier äh die hat heute die Mastbeine mhm ja das Freudenzimmer kommt oben hin in den zweiten OG mhm 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 bälöcken plöcken ja hätt mal einer hier sein Essen aufessen können hey hier ist ja s R so richtige Pfeilen so die Spießpfeilen also die hab's ich noch nicht gefunden Ich weiß nicht, wie man die bauen kann. Was? Nur so komisch wie Fliegenfalle oder wie HSD. Da sind jetzt immer so richtige Fallen, die ein bisschen Aua machen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hab ich auch noch keine gefunden. Was wird das denn hier für eine Rampe? Hast du nicht gemacht, du kleines Ferkel. Was wird das für eine Rampe hier? Was machst du da mit der Frau? Sie hat gerade einfach das Bein gefressen, das da gehangen hat. Das ist doch gut. Ja, hattest du Hunger? Ich kann sagen, lass die Arme doch, dass sie Hunger hat. Vielleicht können wir sie auf die Art und Weise irgendwie ernähren wahrscheinlich, ne? Würde es vielleicht Sinn machen, wenn wir noch so einen trockenen Stellen nur für Beine und Arme machen? Ich bin weg. Wir wünschen ihnen ja, wir haben für dich gekocht. Ciao, Kakao. Ekelhaft. Ne, wir sorgen uns nur um unsere Mitstreiter, so ist das nämlich. Ja, genau. Wir lassen sie nicht verhungern. Ich weiß gar nicht, wie das andere mit dem Kevin ist, ob der sich den Sandvater selber holt. Eigentlich müssen wir ihnen doch auch was geben. Nene, der Futter selber. Wenn wir dann was haben wahrscheinlich. Nene, oder Bier und so. Gott will die von mir, geh weg. Kann mit dir nix anfangen. Mach mal was für die Frau von mir. Mach mal was für die Frau von mir. Du deine komischen Arme, die sich irgendwie so komisch bewegen hat. Wie die Frau von mir. Was will die Frau von mir? Oder fressen. Ja, die steht auf meine Arme, aber. Die will ein bisschen an den Arm knabbern. Kann man die Baumstümpfe wegmachen? Ja. Der hat sie drücken. Ah, ne. Ich hatte sie fern. Ich glaube, die müssen wir wegmachen, die Baumstümpfe, ne? Wo bist du denn? Ich weiß, wie du bist. Das ist nix mehr nachgewachsen. Ja. Und sie war bei Teil 1. Oh. Jetzt ist keine Ahnung. Warum sagt mir keiner was? Was denn? Kann noch keiner was weiß? Ich hab da schon welche mal. Also bei Teil 1 war es so, wenn du die weggemacht hast, ist das nicht mehr nachgewachsen. Ja, ich denke noch warmtechnisch haben wir jetzt siehst du die Probleme. Abprobiere doch aus. Hier sind doch zwei Stück, dann lass mal den einen stehen. Einen mach mal weg und gucken was passiert. Ja, alles was wir direkt im Haus ist, können wir ja wegmachen. D 너 ja jetzt bloe, wenn uns die Dinger direkt ins Haus rein wachsen. Ich mach den mal weg. Und dann guck mal. Versteh ich nicht. ich wollte dann alles hat jemand hat jemand eine stand fackel ins gebäude ich erinnere mich da gerne mal also ungern an zum beute zurück also wo einmal das ist ein herd angelassen hat und dann damit das haus und gefackelt hat inklusive sämtlicher das war nicht so schön das ist aber auch ein bisschen schief der verrückte ja das mache ich hier also wenn ich hier drei auf einmal machen warum auch immer geht es nicht ich verstehe es nicht hier müssen doch immer sein da kann ich auch mal ein paar sachen mal anschaffen hier ein bespart hast du ja gesagt ich soll anschauen das kannst du auch du möchtest ohne worte bei dir wird man sagen wie geil das geht auch ach so ja gut aber das ist ja das ist ein bisschen schlanker brauchen was das ist ja doch das ist ja doof was 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 jetzt aber die seiten ja auch noch von 50 zu machen können das natürlich nicht das ist ein bestimmten grund hier das denken die mauer die hier steht die einzelne ich bin deutschland nur holz am stapeln damit er weiter bauen können ja aber ich glaube ist es nicht so dass dann wenn ihr der er wenn das hat auch direkt ein liefern kann dass wir natürlich auch geil vor allem hätte ich die stücke aus dem see kann auch keine skumpel der mann dass kevin helfen dann guckst du ja schon gesehen kommen wir wieder zurück da kommt gleich aber was größeres hallo 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 das muss sicher gehen fall wenn ein großer ist das würde noch legen können oder solchen großer ich hole ins lager ich hole ins lager alarma alarma das hinter mir oder nicht ja wir müssen es mal ich muss es mal gucken wie wir an dich ich muss jetzt mal treffen den herbert hier was passiert wenn ich so bin warte 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 wie lange hast du noch nicht mehr lange ich bin gleich da der schwelle ist gleich voll na scheiße ist aber keine energie mehr flippe aus boah wie viel feile frisst der über was zielt man am besten bei den bogen das sieht aus wie ein igel das soll ein schwammes häuptling sein wahrscheinlich jetzt war ein stammes häuptling hier hol da auch noch pfeile raus das herbst heute muss ich noch mal mitnehmen können wir mitnehmen was jetzt ich wollte nicht den baum haben den kann man nicht klein machen ja schon wieder keine neue arme oh jetzt ist aber jetzt der kopf weg aber der kopf ist nicht da wo ist denn der kopf ich sag doch der kriegt nichts mit ja guck mal die aussicht von da oben hoch zu der macht mich so fertig ja 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 hundscherz mensch berügt ich schon teil dann haben kann man ja auch immer hier schon wieder meister als dankweise ich hätte ihm das leben und er schießt wie ab weißt du das ganz ja so sind sie sagen es der weltenlohne das nicht kann man hier nichts bohnen ich bin mal gespannt ob man auch im bogen finden kann der weiter schießt also ich hab jetzt als überschritt man kann so 24 28 waffen finden 28 das war ein ziemlich viel gegenstände so panzer faust weiß er scheiße aber selber ja der eine liest überschrift ist danke bailey das nicht gemeint weiß ich aber für mich ist so abschneiden muss man doch hier noch irgendwie weiterbauen ist aber ein paar pfeile nicht weitergeben kann und ist jetzt auf der bank unsere uschi das stimmt ja habe ich jetzt noch wie sie gebaut ja wir gleich wieder hin hin und sich hier anschleimt die längst ein bisschen knick im bein virginia irgendwie ist es hier so ein bisschen schief die optik aber es gibt doch regale regale ja auf jeden fall so wie bauen wir jetzt hier vor dann sind wir auch mal nicht hinfliegen die falle